Dieser Junge gehört jetzt schon zu den größten Schauspielern. Cecilio spielt die Hauptrolle bei dem Film Die Wochenend-Rebellen und kennt mich einfach von Social Media. Er hat sich richtig gefreut, dass es bei seiner Premiere war. Ich habe ihn dann erstmal zu dem Film gratuliert und schon hat er auch einen kleinen Trick versucht. Er gibt in seinem Alter schon Interviews. Man sieht ihn an, wie glücklich er ist. Er hat mich dann gefragt, ob ich ihm vielleicht meinen Ball schenken kann. Freunde, ihr wisst, wie viel mir mein neuer Ball bedeutet. Aber auf der anderen Seite hätte Cecilio wirklich verdient. Was sagt ihr? Soll ich ihm meinen neunjährigen Freestyle-Ball schenken?